Hallo, heute beschäftigen wir uns mit einem Gerät für den Garten. Genauer gesagt geht es um einen Terrassenheizer von der Firma Enders. Herzlich willkommen bei Dr. Day, dem Ratgeber-Channel für alle Themen des Alltags. Viele Leute sitzen gerne mit Freunden auf der Terrasse oder im Garten und lassen es sich gut gehen. Dies funktioniert in der Regel aber nur in den warmen Monaten gut, ansonsten kann es schnell unangenehm und vor allem kalt werden. Damit man auch im Winter die Zeit im Außenbereich genießen kann, gibt es Heizstrahler, die für die notwendige Wärme sorgen. Aus diesem Grund haben wir uns näher mit dem Polo 2.0 Terrassenheizer aus dem Hause Enders beschäftigt. Alle Empfehlungen aus diesem Video findest du auch nochmal ganz übersichtlich unter dem Video in der Infobox. Dort findest du ebenfalls das aktuelle Top-Angebot, alle wichtigen Informationen aus dem Video und weitere hilfreiche Tipps. Aktuell könnt ihr, je nach Angebotszeitraum, auch noch ein bisschen Geld sparen. Ein Blick in die Infobox lohnt sich auf jeden Fall und weiterhin viel Spaß mit dem Video. Bei dem Polo 2.0 handelt es sich um einen Terrassenheizer, der mit Gas betrieben wird. Dieses Modell bietet dabei einige Pluspunkte, die es zu einem sehr guten Produkt auf diesem Gebiet machen. So liefert der Polo 2.0 Wärme beispielsweise ohne Streuverlust und genau auf Sitzhöhe. Durch das Endure Reflexionssystem werden zudem infrarote Wärmestrahlen weiträumig und hocheffizient abgestrahlt. Die Leistung kann zwischen 3 und 6 Kilowatt stufenlos reguliert werden. Eine thermoelektrische Zündsicherung und ein Umkippschutz sorgen dabei für optimale Sicherheit. Weiterhin ist auch ein höhenverstellbarer Reflektor integriert, der für eine optimale Ausrichtung ausgelegt ist. Auf der Rückseite gibt es einen Hitzeschutz, der ebenfalls zu den genannten Sicherheitsaspekten beiträgt. Weiterhin ist ein Spannbügelverschluss verbaut, der sehr einfaches Verschließen und Öffnen des Edelstahlgehäuses ermöglicht. Bei unserer Recherche schauen wir nicht nur nach den Eigenschaften der Produkte, sondern auch nach dem Preis. Aus diesem Grund haben wir in der Infobox unter dem Video das Angebot mit dem besten Preis für diesen Terrassenheizer von Endures verlinkt. Interessiert man sich für dieses Modell, so lohnt sich der Klick auf jeden Fall. Die Maße des Modells belaufen sich auf 42 cm in der Länge, 42 cm in der Breite und 115 cm in der Höhe. Das Produkt besteht aus Edelstahl und pulverbeschichtetem Stahl und wiegt 13 Kilogramm. Durch das relativ niedrige Gewicht kann der Terrassenheizer ziemlich leicht von einer Person bewegt werden. Dies ist besonders praktisch, da man das Gerät in warmen Monaten vielleicht lieber wegräumt. Ein verbauter Transportgriff ermöglicht eine einfache Handhabung und einen leichten Transport. Durch sein elegantes und gleichzeitig unauffälliges Design kann der Terrassenheizer auch auf dieser Ebene überzeugen. Er passt sich so an jede Umgebung problemlos an und setzt trotzdem optische Highlights. Der Polo 2.0 passt somit auf jede Terrasse oder jeden Balkon und fällt nie negativ auf. Der silberne Look lässt das Modell sehr wertig und edel wirken, wodurch es zu einem echten Hingucker werden kann. Insgesamt zeigt sich der Terrassenheizer Polo 2.0 von Enders als sehr gutes Gerät in seinem Bereich. Es sorgt unter Brenndauer Volllast für bis zu 25 Stunden Wärme, die genau auf Sitzhöhe abgegeben wird und somit dort ankommt, wo sie gebraucht wird. Es sind zudem mehrere Sicherheitsfeatures verbaut, die zusätzlich für eine entspannte Atmosphäre sorgen. Abgerundet wird das Produkt durch einen eingebauten Griff, der dafür sorgt, dass man es schnell auf- und wieder abbaut und gut transportieren kann. Ich hoffe, dass wir euer Interesse für das hier vorgestellte Produkt geweckt haben. Falls ja, dann findet ihr mit dem Link unter dem Video das beste Angebot zu diesem Terrassenheizer. Wir freuen uns über ein Abo und einen Daumen nach oben. Vergesst nicht in die Videobeschreibung zu schauen. Bis zum nächsten Mal bei Dr. Day.